hallo und willkommen zu einem weiteren video von the sound file aus den amazing sound studios und heute wollen wir mal über dhw fernsteuerung sprechen und zwar in erster linie über hui was ist das denn hui steht für human user interface und wurde vor einigen jahren ich glaube sogar ende der 90er etabliert von der firma mecky mit der ursprünglich war das die logic control die wurde damals von magic da war logic noch nicht apple da war logic noch im magic für logic entwickelt zusammen mit mecky mecky hat damals die hardware gebaut und die haben auch ein universelles protokoll geschrieben womit man eben mit hardware controllern jedwede kompatible dhw also aufnahme softwares steuern kann ich rede da auch jetzt gleich mal über die notwendigkeit von hardware steuerung von dhw jeder sagt sich naja also eine dhw die hat ja eine maus und mit der maus kann man die ja prima steuern da kenne ich aber einige wirklich namhafte produzenten die der meinung sind das funktioniert überhaupt nicht die arbeit dass ich zum beispiel vocals editiere jetzt nicht im schnitt sondern im mix dass ich sage okay ich muss den mogul track wirklich fahren habe hier also einen fehler beim mischpult wo ich sage gut ich fahre den jetzt hier rauf runter wie auch immer dann kann ich das natürlich mit der maus auch erledigen in dem moment wo ich eine maus in die hand nehme und mit der maus den fader suche dann auf die maus klicke und dann diesen fader rauf und runter bewege mit der maus in der hand habe ich schon so viele haptische dinge auf die ich mich konzentrieren muss bin also quasi in meinem gehirn in schon in einer völlig rationalen ebene und wenn ich vocals im mix einpassen dann ist es ganz viel auch emotionale geschichte hat was mit gefühl für die musik zu tun und in dem moment ist einfach fader anfassen und da rauf und runter ziehen die intuitivere und damit musikalischere und künstlerisch zielführendere lösung deswegen hardware controller kein luxus sondern wirklich eine geschichte die sehr sehr sinnvoll ist und dann kommen wir auch so auf die den unterschied zwischen jetzt hui und anderen protokollen die einfach proprietäre protokolle sind eines der berühmtesten ist natürlich das ucon protokoll von evit für pro tools wo ist diverses die ucon controller gibt von so kleinen kisten bis hin zu den großen konsolen s1 bis s6 s6 gibt es ja in riesengroßen ausführungen dass man dann ein pult hat was genauso groß wie unsere aurus konsole hier ist tatsächlich ähnlich teuer aber wirklich nur eine fernbedienung für pro tools wo sich dann aber wirklich unendlich viele parameter extrem akkurat steuern lassen auch mit sicherheit akkurater als mit hui warum komme ich gleich noch drauf und dann gibt es das nächste system was mir jetzt einfällt ist das nuage system von yamaha für steinberg nuendo steinberg ist ja bekanntlich von yamaha aufgekauft worden gehört also jetzt inzwischen zusammen und die nuage ist auch also wirklich ein opulentes mixing system was mit einem komplett eigenen protokoll mit nuendo spricht und dementsprechend akkurat arbeitet nuage ist auch ein yamaha protokoll damit lässt sich nur nuendo und meines wissens cuba steuern bei ucon es ist so dass es schon möglich ist auch für fremdhersteller ucon protokoll zu unterstützen das ist aber da bin ich zufälligerweise jetzt mal ein bisschen im thema weil ich ja freier mitarbeiter für stagetech bin und stagetech bietet eine dhw steuerung haben wir hier auch in unserer aus konsole drinnen die läuft aber tatsächlich über hui und zwar ganz einfach deshalb weil evit für die lizenz von ucon so unglaublich viel geld verlangt dass es für kaum einen hersteller darstellbar ist wir bleiben beim hui protokoll was brauchen wir denn da an kontrollern es gibt also ganz ganz viele ich möchte euch zum einen weil wir sie hier tatsächlich noch im studio haben mal eine alte logic control zeigen die hat mein studiepartner vor uhrzeiten mal gekauft wir benutzen die auch nicht mehr aber sie ist noch hier das ist so quasi die uhr hui kann man aufrüsten bis glaube ich 32 faders mit erweiterungsdingen es war damals auch unsäglich teuer und hat eben über hui erst logic gesteuert und dann auch alle anderen dhws später kam ein ähnliches produkt die hieß dann maggie control die war nicht mehr auf logic basiert ein system was ich sehr lange benutzt habe also mein analogpult noch hatte war der fader port von presonus den zeigen wir auch mal euch im bild das ist ein ganz rudimentäres gerät hat nämlich eigentlich nur laufwerksteuerung dann kann ich nur umschalten zwischen touch record und latch record und solchen geschichten und einen motor fader motor fader ist natürlich ganz wichtig dass er euch wirklich auch zeigt wenn irgendwelche fader fahrten da sind da kann man auch sagen okay ich habe jetzt eine fader fahrt von den vocals finde ich bis dahin gut und dann fängt man den so quasi auf und schreibt was neues also sehr intuitive geschichte und in aller regel wird man in so einem mix auch nicht mehr als einen kanal gleichzeitig dynamisch editieren also ein fader ist eigentlich völlig ausreichend man muss halt nur immer fader bänke und fader umschalten damit man den fader genau auf dem kanal hat wo man ihn haben möchte damit muss man leben aber für mich war das eine tolle geschichte weil ich mein großes analogpult hatte und in der mitte einfach noch ein bisschen platz wo ich diesen einen motor fader platzieren konnte es gibt eigentlich einen großen hui nachteil und der liegt in dem prinzip begründet dass hui auf midi basiert hui übertragung ist einfach midi und selbst wenn ein controller wie jetzt zum beispiel der erwähnte präsonis fader port über usb an eurer da w hängt ist das übertragungsprotokoll immer noch midi und midi hat natürlich nur eine auflösung von 128 schritten wegen sieben bit und das ist natürlich nicht so akkurat wie die auflösung von dem proprietären system wie ucon jetzt in der praxis spielt es meiner erfahrung nach nicht die große rolle für ein paar fader faden reicht das eigentlich aus wenn man ein hui interface an eine dhw anbindet muss man natürlich der dhw auch erzählen dass dieses system da ist und das zeige ich euch jetzt gleich mal in unserem pro tools bildschirm und dann zeigen wir auch noch so ein bisschen wie die dhw steuerung in unserer aurus konsole funktioniert da ist es tatsächlich so wir richten die dhw steuerung ein und dann können wir uns ja fader layer basteln das heißt also die konsole kann ja bei uns nicht aber theoretisch bis zu 800 kanäle und kann bis zu acht fader layer bauen wo ich also unterschiedliche fader hier auf meine 48 fader verteilt habe das können also input sein oder output sein oder was auch immer und wenn ich eine hui dhw steuerung installiert habe dann kann ich mir da einfach dhw channels definieren die können auch mittendrin sein also dass ich hier mischpult habe und hier mischpult und hier dhw channels beispielsweise und dann habe ich hier halt einfach eine bank oder zwei oder drei oder 30 fader die entsprechend mein pro tools repräsentieren dann habe ich auch oben im display keine aurus anzeigen mehr sondern einfach nur so eine rudimentäre anzeige von meinem pro tools pegel und ich kriegte kanalnamen angezeigt und ich kann auch so ein bisschen pro tools plugins steuern über die encoder die ich hier habe das zeige ich euch auch gleich mal am lebenden objekt quasi wenn ihr pro tools über hui steuern möchtet solltet ihr natürlich als allererstes mal den pro tools erzählen dass es über hui gesteuert werden soll das geht relativ schnell und zwar geht man einfach hier auf setup auf peripheriegeräte und dann gibt es hier verschiedenste reiter und der wichtige reiter für euch ist der reiter mini controller und da habt ihr jetzt vier bänke die jeweils acht fader beinhalten können und könnt dann hier den typ auswählen da gibt es verschiedene command 8 ist so ein digidesign interface und so weiter und da wählt ihr einfach an hui und dann könnt ihr hier die geräte angeben das ist jetzt hier ein wilder iac treiber das ist einfach unsere steuerung für die stage tech aurus konsole damit hat sich das ganze im prinzip schon und wir können jetzt erstmal auf unserer aurus konsole uns hier eine seite aufmachen wo man verschiedene pro tools funktionen steuern kann das wichtigste was für mich ganz wichtig ist weil ich nur einen bildschirm habe ist dass ich direkt von der konsole aus mein mix window und mein edit window einfach ganz schnell umschalten kann ich kann zum beispiel auch meine memory locators direkt aufrufen kann die auch direkt anfahren und dann kann ich selbstverständlich was auch sehr schön ist auch alle laufwerks funktionen einfach aus der konsole steuern drücke also hier und dann läuft mein song ab ich gehe auf mix window und sehe hier auch wie meine kanäle lustig durch die gegen zappeln schallt wieder aus dann gibt es natürlich die möglichkeit dass ich jetzt auf der konsole einfach fäder definiere die keine kanal züge mehr sind sondern pro tools steuerungen da habe ich mir jetzt einfach ein layer gebaut was komplett pro tools ist das könnte man auch mischen ich könnte jetzt auch mittendrin zwischen zwei kanalfädern pro tools fader machen aber ich habe jetzt mal einfach so gemacht gehe da hoch schalte auf layer b und das ist dann in dem fall einfach mein pro tools layer so sieht das aus und dann kann ich hier einfach einen fader nehmen und ihr seht schon im bildschirm wie sich einfach die entsprechenden fader mitbewegen könnte jetzt da also lustig fader fahrten machen auch während mein pro tools läuft natürlich kann ich jetzt hier lustig fahren und so und könnte mir dann automationsfahrten schreiben ich kann auch direkt von der augus oberfläche aus record enable schalten solche geschichten hier oder kanäle solo schalten all solche dinge oder eben sofern ich welche geladen habe über die encoder oben auch plugins steuern ja soviel dazu ihr habt gesehen wie so eine automation beziehungsweise so eine daw steuerung in einem digitalpult aussehen kann oder auch mit einem controller das ist je nachdem wie der controller ist mal mehr mal weniger komfortabel ist natürlich auch an der software von dem controller es geht über hui relativ viel mit den angesprochenen einschränkungen und dann will ich aber noch zu einem letzten punkt kommen der relativ interessant ist für all die leute die wie wir hier tatsächlich mit einem digitalen mischpult arbeiten was selbst eine automation hat dann hat man natürlich zwei möglichkeiten entweder man macht die automation über die hui in der drw das bedeutet ich fahre hier mit einem drw fader hin und her und meine drw zeichnet das auf und ich habe die kurven lustig in der drw drin und kann die auch editieren und so das alles wunderbar hat aber einen großen nachteil und zwar ist das der in dem moment wo ich mit outboard equipment arbeite wo ich also beispielsweise hier einen von meinen tollen kompressoren als vocal kompressor habe was ich eigentlich immer mache weil das einfach toll ist klar in dem moment wo ich dann in der drw meine fader mache und ich habe aber das outboard equipment im insert von meinem pult drin dann ist es ja so dass ich durch die fader fahrten den kompressor auch unterschiedlich mit input ansteuere das heißt mein kompressionsverhältnis ändert sich wenn ich das signal lauter mache das kann manchmal erwünscht sein in der regel ist es wohl aber sicher nicht so das heißt also das ist so ein nachteil mit dem ich leben muss wer pro tools hd hat wo man tatsächlich outboard equipment latenzfrei einbinden kann hat dieses problem nicht jemand der das nicht hat und der mit einer digitalen konsole arbeitet oder auch mit einer analogen konsole die sich automatisieren lässt sowas soll es ja noch geben der ist besser beraten wenn dieser outboard kompressor im insert vom pult ist die automation auch mit dem pult zu machen dass ich also sage okay ich fahre diesen fader das ist aber tatsächlich ein mischpult fader und kein daw fader und zeichnet das ganze in der automation vom pult auf also diese aurus konsole zum beispiel hat eine sehr sehr ausgefuchste automation mit unglaublich vielen features und da kann ich auch natürlich nicht nur fader sondern auch jeden anderen parameter von der konsole also jeden eq jeden kompressor jeden aug sind kann ich hier mit automatisieren das bedeutet aber auch die konsole muss natürlich wissen wo im song ihr euch befindet sonst macht ihr lustig irgendwo laut und leise und das war eigentlich ganz woanders gemein und da gibt es ein großes stichwort und das nennt sich timecode synchronisation das läuft dann zwar nicht direkt über hui aber das läuft auch über midi und da gibt es ein sag jetzt mal nadelöhr an das ihr einfach denken müsst und zwar wird das normalerweise über timecode gemacht und timecode kommt aus dem filmbereich und ist aufgeteilt in minuten sekunden und frames frames kommen aus dem analogen filmbereich und die frames sagen wie viele bild frames also wie viele bilder pro sekunde in diesem film gelaufen sind da gibt es also 24 bilder pro sekunde 25 bilder pro sekunde und so weiter und da gibt es noch einige andere normen es gibt 24 drop frame 25 drop frame bis hin zu 30 bildern pro sekunde und wenn jetzt beispielsweise eure dhw auf 24 fps so nennt man das frames per second eingestellt ist und euer pult auf 30 dann läuft das timing mäßig lustig auseinander und springt euch hin und her das kann nicht funktionieren achtet also an der stelle darauf dass ihr wirklich die frame rate gleich einstellt sonst passieren komischste dinge ich mache es in der regel so dass ich immer auf 30 frames per anderen so viel für diesmal ich hoffe ich habe euch auch ein paar informationen übermitteln können bleibt uns treu bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal